Wir werden heute den neuen Minecraft-Server von iCrymax und Standard-Skill testen. Weiß ich mir jetzt mal ein Grundstück zu. Äh, zufälliges Grundstück drücke ich jetzt einfach mal. Und jetzt seht ihr schon, jetzt habe ich hier so ein zufälliges Grundstück. Da steht auch unten Grundstücksbesitzer Relumax. Ey, aber das ist echt nice gemacht. Also da geht schon mal Props raus. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so viel Ahnung von Minecraft-Servern, aber ich glaube auf jeden Fall, dass da eine Menge Arbeit hintersteckt. Äh, und ich finde es auch echt nice gemacht.